Kann ich hier was verkaufen? Hallo? Verkaufen? Kriegsjungfer? Briesenheim? Nein. Vielleicht auch nichts, wo man was verkaufen kann. Ah, hier! Hallo! Das sieht doch mal nach was aus. Kann ich mit dir was verkaufen? Tierschmuck, gefertigt vom besten Schmied von ganz Himmelsrand. Aha, und wer ist denn der beste Schmied von ganz Himmelsrand? Ihr müsst neu hier sein, wenn ihr eine solche Frage stellt. Ja, bin ich. Mein Ehemann Eolund hütet die Himmelsschmiede in Jorwaska, der Methalle der Gefährten. Es gibt in den neun Fürstentümern keinen besseren Schmied. Ihr solltet ihn nach seiner Arbeit fragen, das einzige Thema, bei dem er so richtig in Fahrt kommt. Das und vielleicht noch dieser eingebildeten, dunkschnupfenden Kampfgeborenen. Dunkschnupfend? Jorwask, da haben wir ja schon, da waren wir ja schon, so, Moment mal. Passt gut auf. Kommt und sehen. Was habt ihr zu verkaufen? Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Okay, dann gucken wir mal. Bekleidung, goldene Halskette. Nee, es bringt uns ja alles gar nichts. Okay. An dich kann ich also nur bestimmte Dinge verkaufen. Das ist nicht so gut, da bin ich immer bewegt, ne? Vielen Dank. Jo, mach ich. Ist voll ein Vorteil, hallo. Was habt ihr zu verkaufen? Oh, das ist ja gut. So, kann ich denn, nee, kann ich schon wieder nicht. Mann. Ich will doch mal einfach ein bisschen Zeug ver- Ah. Das sieht gut aus. Das sieht aus. Moin. Ich würde ganz gerne was verkaufen. Mach ich. Ich würde ganz- Wieso kann ich hier nirgends meine Bekleidung verkaufen? Könnt ihr jederzeit wiederkommen? Ja. Komme ich vielleicht. Mann. Ich möchte doch einfach nur mal mein ganzes Zeug verkaufen. Was haben wir hier? Gemischtwaren. Das klingt doch jetzt tatsächlich mal nach dem richtigen Laden. Hi. Alles steht zum Verkauf. Was? Werft ihr zu verkaufen? Mach ich. So, endlich. Bekleidung. Was können wir denn hier mal? Nix. Waffen. Die Axt von Weißlauf. Verkaufen wir die? Ja. Ja. Ja, wir verkaufen sie. Redekunst verbessert auf 16. Das ist doch mal was. So, Pfeil behalten wir. Die behalten wir. Eisenpfeil, der kann weg. Zaubertränke behalten wir alle. Schriftrollen, Essen, Zutaten, Bücher, sonstiges. So, das war's schon. Mehr können wir nicht verkaufen. Das ist ja mal ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Bitte kommt wieder. Aber ich möchte jetzt gerade mal wissen. Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten abkaufen, wenn ihr ihn verkaufen wolltet. Ja. Nur ein kleiner Herr. Lustig. So, ähm. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Jo, dann werde ich mal sehen, ob du hier auch irgendwie was... Mhm, 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 mhm. So. Battleprinz, Niedergang. Nachtigall, ein Zauberbuch, Flammen. Heilung, wissen wir, kennen wir alles schon. Super, das nett. Da werde ich... Entschuldigung, ich wollte kein Fußball spielen hier. Jo, ich bin dann demnächst mal wieder hier. Ich muss jetzt gerade nur mal kurz... Äh, in meinen Questlog gucken. So. Stelle von Weißlauf. Aktueller Standort Drachenfester. Okay. Tagebuch. Witzelhafte Macht erfahren, die ich durch das... Okay. In höchster Not... Nein, zu den Waffen. Das haben wir alles. Also sind das hier... Okay. Der Weg der Stimme. Die Graubärte. Okay, okay, okay. Offenbar. Mhm. Machen wir erst mal... Das hier. Und das. Wir sollten doch auch... Ach ja, und... Das hier. Das haben wir. Okay. Jo. Gucken wir mal, ob ich da jetzt hinfinde. Das müsste ja irgendwo hier sein. Wo ist denn eigentlich noch mal jetzt? Jo, was? Das müsste doch richtig sein. Hier müsste doch jetzt irgendwo der... Gute... Müsste? Wer bist du? Oh. Ist ja netter. Äh, ich muss jetzt doch noch mal gucken. Hier, Jopzt so. Aha, mich aufzunehmen, wenn ich vorher einige Aufträge... Aufträge für sie erfülle. Aber wo ist denn ihr Lund? Das würde ich ganz gerne wissen. Weißlauf, Weißlauf, Weißlauf. Wohnquartiere. Hm. Ja, ja, ja. So, dann gehen wir jetzt noch mal raus. Und jetzt gucke ich hier noch mal auf die Karte. Ähm. Sprich mit den Graubärten. Ja, da möchte ich aber eigentlich... Nicht hin, sondern ich möchte... Wo ist denn der? Sag mal, der muss doch da drin sein, oder? Äh... Jot. So. Wo ist denn Eorlund? Eorlund. Ich hätte da ganz gerne ein paar Infos zu. Ich gucke mal noch mal eben hier in Yorvaskr. Ob ich hier irgendwo Eorl... Eorl... Irgendwas finde? Vor ein paar Jahren ging es mir nicht gut und ich begann zu trinken. Aber Wigner hat mir diese Schwäche ausgetrieben. Ah, ja. Tu Alki. So. Ihr seht einen richtigen Krieger vor euch. Ja. Ich bin noch immer einer, mein Lieber. Mein Leber. Jemand da? Torwa. Artis. Nyada. Ria. Kann ich eigentlich... Ist noch immer gestohlen, ne? Äh, gestohlen. Lesen wir das einfach mal. Dafür gibt es ja auch schon teilweise eine Fertigkeitserhöhung, so. Ähm... Ihr braucht etwas? Nein. Ja. Ich suche jemanden. Aber das könnt ihr mir ja nicht sagen. Denke ich mal. Ja. Kotlack. Auch falsch. Was haben wir hier? Nix. Ihr habt da vermutlich noch eine Frage? Ja. Was ist denn nun wieder? Äh. Ja. Tja. Du kannst mir leider die Frage nicht beantworten, die ich habe. Was haben wir denn hier? Kleidung. Tü-tü-tü-tü. Chaurus-Eier. Lieder der Rückkehr, Band 2. Mhm. Nehmen wir mal irgendwann mit, die Bücher hier. Geldbeutel. Sieht mich hier jemand? So. Hat keiner mitbekommen. Hier noch irgendwo was. Bisschen Gold. Ein paar Stiefel. Hat auch niemand mitbekommen. Mensch. Das ist ja super. Hier kann man alles leerräumen. Zack. Zack. Bier. Wundertrank. Das ritt das. Das klingt gut. Was haben wir hier? Starkes Gift der Ausdauer. Vitalität. Vitalität. So. Da sitzt der alte Mann. Hier sollten wir nicht klauen. Der sieht uns. Hier kommen wir raus. Und hier hinten. Was ist hier? Hier seid ihr. Tja, ich habe keine Ahnung, wo denn der Homie ist, den wir suchen. Schade. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten reden. Ne. Ich suche eigentlich jemanden ganz Bestimmtes. Aber anscheinend kann mir niemand helfen. Vertraue auf Heimskirchen. Denn ich bin der Erwählte des Talos. Ich allein wurde von den Neuen dazu gesalbt. Sein heiliges Wort. Der Freikus Monster will für eure beste Welt. Koteletts und Steaks, die selbst seit Jahren nicht verschmähen würden. Wählt aus meinem hochwertigen Fleisch. Quatscht nicht alle durcheinander. Ich werde mal jetzt eben hier raus. Jo. Ist alles in Ordnung. Danke. Ich hätte meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Bis super. Tschüss. So. Zacki. Ich würde vorschlagen, wir werden uns jetzt mal eine Ross kaufen. Eine Ross. Das ein bisschen hoch. Hier geht's. So. Und. Hupp. So. Ab zum Rosshändler. Der war doch hier irgendwo. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Ne. Nein, möchte ich nicht. Ich habe die schnellsten Rosser in ganz Himmel. Kann ich ein Pferd kaufen? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist. Wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Habe ich. Hier ist mein Angebot. Hab gemacht. Es ist das mit dem Sattel. Cool. Reitet schnell wie der Wind. Das bist du dann, ne? Pferd von Itzank. Du bist ja meins. Haha. Ich habe ein Pferd. Voll cool. Jetzt muss ich nur mal gucken. Zack. Reiten. Hoppa. Oh. Aha. Okay. Oh. Da kann man sogar dauerhaft galoppieren. Das ist natürlich super. Dann können wir jetzt mal gucken, wo wir dann am besten... Oh. Okay. Mit der Steuerung muss ich auch erstmal ein bisschen klarkommen. So. Wo wollen wir denn hin? Wir wollen den... Okay. Rückwärts geht mit dem Pferd nicht. Gut zu wissen. So. Also. Mit E steige ich sicherlich ab. Gehe ich mal stark von aus. Kann ich hier eigentlich auch? Ne. Kann ich nicht. Hier kann ich nicht in die Ego-Shooter-Perspektive gehen. Okay. So. Dann reiten wir einfach mal in Richtung... ...der Dinge, die da kommen mögen. Weil wir sollten uns doch erstmal ein Ziel aussuchen, ne? Machen wir jetzt mal ganz schnell so. Zack. Auf die Karte. Hier ist mein aktueller Standort. Das ist gut. Ich möchte allerdings... Äh... Zur Weltkarte. Genau. Hier ist der aktuelle Standort. Redorans Zuflucht. Hoch Rotka. Tagebuch. Der Weg der Stimme. Zu den Waffen. Ah. Ja. Machen wir mal einen auf den hier. Mal gucken, ob das jetzt... Wenn ich jetzt hier, äh... Zu den... Waffen M. Ach, da oben. Ja gut. Dann, äh... Ja. Dann, äh... Äh... Werden wir doch mal kurz nochmal zurück. Jetzt habe ich es endlich herausgefunden, wie das Ganze hier funktioniert. So. Kann ich auch da irgendwo in die Stadt? Tja. Und da ist es wieder abgeschmiert. Immer nach einer Stunde circa schmiert mir das Spiel ab. Das ist gut zu wissen. Na gut. Dann, äh... Mache ich jetzt einfach mal eine Aufnahmepause. Und beim nächsten Mal schließen wir dann die Quests ab. Und tschüssi. Tschüssi.